Hallo ihr lieben Leseratten, herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht es um Der Junge auf dem Berg von John Boyne. Und da ich bereits Der Junge im gestreiften Pyjama von dem Autoren gelesen hatte, musste ich das Buch natürlich unbedingt haben, als ich gesehen habe, dass es das bei Weltbild, glaube ich, gab. Und habe es mir dementsprechend dann auch, ich glaube, schenken lassen. Aber ich weiß den Anlass nicht mehr. Es sind dann immer so Sachen, die ich mir gerne mal schenken lasse, wenn es dann ein etwas teureres Buch ist. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, eine Weltbild. Es ist, glaube ich, schon Weltbild, auch wenn es keine extra Weltbild-Ausgabe. Ja, also ich musste dieses Buch unbedingt haben, da mir Der Junge im gestreiften Pyjama so unheimlich gut gefallen hatte. So eine sehr, sehr packende und sehr traurige Geschichte. Und es war sogar so, dass ich das Buch damals jemandem ausgeliehen hatte. Ich habe es nicht wiederbekommen. Und als ich es dann nochmal gesehen habe, bei einem Bibliotheksverkauf, muss ich es sofort mitnehmen. Also es ist jetzt wieder in meinem Besitz. Es ist leider nicht die Ausgabe, die ich damals hatte, aber es ist eine andere Ausgabe. Es war mir eigentlich egal, wie das Cover aussieht. Ich wollte einfach nur dieses Buch wieder in meinem Regal stehen haben. Jetzt ist es auch da. Ich weiß aber nicht, wo. Also ich weiß, es ist da, aber ich weiß nicht, wo es steht. Ich habe vorhin extra geguckt, aber irgendwie habe ich es nicht gefunden. Aber wahrscheinlich steht es in der Reihe hinten. Das ist egal. Mir reicht das Gefühl, dass es irgendwo dort sein müsste. Und ja, deswegen musste ich unbedingt dieses Buch dann auch haben. Ganz einfach. Und ich hatte es auch gleich, als es rauskam, sozusagen geschenkt bekommen. Aber das ist jetzt schon über ein Jahr oder zwei Jahre her. Ich weiß manchmal, aus welchem Jahr das ist. Werden wir nachher feststellen können. Ich habe es also bekommen, als es gerade neu draußen war. Aber da der Buchstabel da schon abgeschlossen war und dann war noch der alte Buchstabel, ist es jetzt natürlich etwas später. So. In Der Junge auf dem Berg geht es um Piro. Piro wohnt in Paris und hat gerade seine Eltern verloren. Er würde sehr gern zu seinem besten Freund ziehen, der, glaube ich, im selben Haus wie er wohnt. Aber das klappt nicht so richtig, weil die Familie jüdisch ist. Und es zu dem Zeitpunkt, 1936, schon langsam losging mit dem Antisemitismus. Und außerdem die Mutter von seiner besten Frau noch nicht so viel Geld hatte. Also sie hatte jetzt nicht wirklich Geld, um zwei Kinder durchzufüttern. Und es hat ihr auch sehr leid getan. Aber Piro ist deswegen dann in ein Waisenhaus gekommen, wo es ihm eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Er hat dort Freunde gefunden. Und ja, plötzlich bekommt er dann einen Brief von einer Tante, die seinen Vater zwar mal erwähnt hat, aber er wusste nicht, wo die Tante überhaupt, wo die ist und wie man die erreichen kann. Es gab keine Adresse und gar nichts. Also er war der festen Überzeugung, er hat keine Familie mehr irgendwo. Bis sich dann diese Tante gemeldet hat und sie lädt ihn ein, bei ihr zu wohnen. Deswegen packt er dann seine Koffer und macht sich auf den Weg zu der Tante, die an einem ganz besonderen Ort wohnt. Und sie ist nämlich die Haushälterin oder eine der Haushälterin am Obersalzberg bei dem Herrn Hitler. Und ja, natürlich wird Piro da in eine Situation hineingeworfen, mit der er jetzt nicht unbedingt gerechnet hat. Und es ist sehr, sehr schwierig. Also er zieht auf den Obersalzberg. Auf dem Weg dahin trifft er ein paar Personen, die der Leser von Der Junge im gestreiften Pyjama schon kannte. Ich werde nicht erzählen, welche Personen das sind, aber es hat mir sehr das Herz gebrochen beim Lesen, bin ich ganz ehrlich. Und ja, wir folgen Piro als Leser auf den Obersalzberg und versuchen uns irgendwie mit der Situation anzufreunden, dass er dort ist und dann die ganzen Leute dort kennenlernt und dann irgendwann natürlich auch Hitler kennenlernt. Und es ist eine sehr, sehr merkwürdige Situation. Ich glaube, für den Leser ist die Situation merkwürdiger als für Piro, der dann später sogar seinen Namen ablegen muss, um Deutscher zu werden. Und er hat auch dann noch nicht mehr Französisch reden. Und es ist ein sehr merkwürdiges Buch. So. Ich weiß auch nicht so richtig. Ich habe vorhin überlegt, wie ich es eigentlich fand, weil mir noch nicht so richtig die Worte dafür eingefallen sind, wie ich dieses Buch jetzt eigentlich bewerten würde. Ist es positiv oder ist es negativ? Weil es so sehr anders ist als Der Junge im gestreiften Pyjama. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass es eine sehr rührselige Geschichte ist, weil ich das so aus dem anderen Buch kannte. Es war jetzt aber nun ganz, ganz anders, als ich gedacht hätte. Aber auf eine andere Art und Weise sehr, sehr spannend. Also es geht hier um Manipulation, um die Einflussnahme Hitlers auf Piro direkt und die Jugend allgemein. Ja, und während man dann so liest, vergehen dann natürlich noch einige Jahre. Das Buch ist in drei Teile unterteilt. Das erste spielt 1936. Der zweite Teil spielt dann 1937 bis 1940. Und der dritte Teil dann 1940 bis 1945. Und wenn man dann beim dritten Teil angelangt ist und sich Piro so betrachtet, dann hat dieser junge Mann nicht mehr viel mit dem Jungen vom Anfang gemeinsam. Und es ist sehr, sehr, sehr traurig, märlich zu sein. Weil Piro ist sehr verspielt. Und ich weiß auch nicht. Ich glaube, er erinnert ein kleines bisschen an Bruno aus dem anderen Buch. Und deswegen, nur dass er, glaube ich, ein bisschen älter war. Es bricht einem auch in diesem Buch das Herz einfach, dass dieser Mensch sich verändert, in eine Richtung, die nicht unbedingt positiv ist. Natürlich passieren dann noch allerhand Sachen, mit denen man vorher auch nicht gerechnet hat. Und es ist sehr schwierig für mich, dieses Buch wirklich in Worte zu fassen, was eine Bewertung angeht. Auf jeden Fall fand ich es etwas kurz. Das steht schon mal fest. Es ist ein Buch, über das man sehr lange nachdenkt. Aber es gab einige Passagen im Buch. Oder einige Jahre. Also, wir begleiten Piro ja von 1936 bis 1945. Das sind neun Jahre. Und diese neun Jahre sind auch insgesamt... Wo sind wir denn hier? Da ist die Danksagung. Es sind 300 Seiten. Also, 300 Seiten und neun Jahre sind hier auf 300 Seiten sozusagen gequetscht worden. Und ich finde, das merkt man beim Lesen. Das ist das große Problem. Also, es waren viele Sachen, die mir ein bisschen zu kurz gekommen sind. Wo dann sehr große Lücken einfach sind. Wo wir nicht erfahren, was da eigentlich passiert ist. Auch wenn es ein bisschen noch hinterher erzählt wird. Aber ich glaube, es hätte mir besser gefallen, in diesen Situationen oder ein bisschen länger zwischendurch dabei gewesen zu sein. Man erfährt viel mehr über die Zeit vor dem Krieg einfach. 1936 bis 1939, finde ich, erfährt man sehr viel mehr, als dann die Zeit im Krieg. Und ich weiß nicht. Das hat mir irgendwie ein bisschen gefallen. Ein bisschen gefehlt, das wollte ich sagen. Entschuldigung. Das hatte mir da nicht so gefallen. Das wollte ich sagen. Jetzt habe ich gleich zwei Sätze zusammengewürfelt. Irgendwie hat mir da was gefehlt. Das hat sich für mich nicht unbedingt so richtig rund angefühlt. Weil zwischendurch so große Lücken waren. Irgendwie. Und ehrlich gesagt, habe ich auch erwartet, dass ich am Ende des Buchs weinen würde. Weil ich bei dem anderen Buch sehr geheult habe. Mich gar nicht wieder eingekriegt habe. Und auch immer noch mir Tränen in die Augen schießen, wenn ich das Cover sehe. Das ist bei dem Buch gar nicht so. Wenn ich das Buch angucke, dann kriege ich ein ganz ungutes Gefühl. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Wahrscheinlich ist es Absicht. Weil wie gesagt, geht es um Manipulation und Machtmissbrauch, solche Sachen. Es ist ein anderes Genre. Aber ich weiß nicht so richtig. Irgendwas hat mir gefehlt. Irgendwas hat mir gefehlt, was ich bei dem anderen Buch nicht gefehlt hat. Und das ist schade. Aber es gab auch viele Sachen, über die ich mich auch gefreut habe. Vor allem natürlich Charaktere wiederzusehen, die ich schon kannte. Das war sehr, sehr spannend. Und es wurde auch nicht langweilig. Aber mir hat irgendwas zwischendurch gefehlt. Okay. Meine Ausgabe ist aus dem Fischer Verlag. Ah ja, wir wollten nachgucken, wo es rauskam. Also das Original ist von 2015. The Boy at the Top of the Mountain. Und meine Ausgabe ist von 2017. Ja, also zwei Jahre. Zwei Jahre hat es auf Buchstabe gelegen. Ja, okay, nicht so schlimm. Was soll's. Buchstabe ist halt schnell abgeschlossen. Hier steht jetzt auch mal wieder... Ach doch, hier steht der Preis. Es kostet 16,99 Euro. Und meine Mama hat den vollen Preis dafür gezahlt. Also ich selber nicht. Aber Mann, dieser Umschlag, der macht mich ein bisschen fertig. Ich habe den Umschlag jetzt schon zweimal verloren. Es bewegt sich einfach nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe den Umschlag abgemacht, um es dann natürlich zu lesen. Und jetzt hat sich das Buch ein bisschen verzogen. Und ich weiß nicht so richtig, wieso. Ich glaube, es lag darin, dass die Heizung lag. Und jetzt geht der Umschlag nicht mehr so richtig drum. Das ist echt doof. Aber ich hoffe mal, dass sich das dann wieder lebt, wenn ich das Bücherregal stelle. Habe ich vorhin festgestellt, als ich das Buch in die Hand genommen habe. Nochmal hinten drauf geguckt habe, um was es ging. Und mir meine Sätze zurechtgelegt habe. Als ob ich mir jeweils Sätze zurechtlegen würde. Aber auf jeden Fall habe ich das dann gemerkt. Ich dachte mir, oh, der Umschlag ist irgendwie... Der passt jetzt nicht mehr ganz. Es tut mir leid. Aber es ist jetzt eh zu spät. So. Gut. Dann würde ich sagen, ja, war es wieder von meiner Seite. Und wir sehen uns dann hoffentlich kommende Woche beim Snackbox-Video. Weil die Snackbox diesmal sehr schnell da war. Nicht um den 20. rum, sondern die kamen vor zwei Tagen schon. Aber ich will das Video trotzdem nächste Woche erst machen. Weil, ich glaube, habe ich überhaupt eine Buchvorstellung gemacht seit dem letzten Snackbox-Video. Ich erinnere mich gar nicht dran. Wenn, dann höchstens eins. Weil letztes Woche hatte ich ja diesen 100-Fragen-Take gemacht. Und ich wollte mal wieder eine Buchvorstellung hochladen. Deswegen gibt es dann ein bisschen später erst Snackbox-Video. Obwohl es jetzt schon zwei oder drei Tage lang hier liegt. Okay. So, dann würde ich sagen, das war es jetzt erstmal. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.